So, liebe Freunde, heute befragen wir das Orakel zum letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Nordirland. Und jetzt werden wir euch mal sagen, was das Orakel so glaubt. Lilli, das Spiel gegen Nordirland, was denkst du als Orakel, Nordirland gegen Deutschland? Also da würde ich sagen 1-0. 1-0. Aber es wird schwer. Für Deutschland. Achso, 1-0, okay. Ja, ja. Koslowski, was denkst du denn? Also es gibt auch kein Elfmeterschießen, kein Elfmeterschießen. Was würdest du so sagen? Das Spiel ist um 18 Uhr übrigens auch, ne? Ja, 18 Uhr. Ich? Dann bist du noch nicht im Bett. Ich kippe 14,2. 14,2 für wen denn? Deutschland. Oh Gott. Trommel, Peter, Andris, näher. Was ist dein Ergebnis gegen Nordirland? 18 Uhr, wie gesagt, sind wir alle noch irgendwie helle und klar im Kopf. Was würdest du schätzen? Also hier, der Totalausfall neben mir hier, 14,2? 10 zu 11. Was? Für Deutschland. 10? 10 zu 11? Ja. 10 zu 11 für Deutschland. 10 zu 11 für Deutschland. Ich sag 9 zu 3. Okay. Ich bin nicht spannend. Wir drücken die Daumen. Prost. Tschüss. Auf Deutschland. Dreckskapell. Dreckskapell. Dreckskapell sensationell. Derocker. Dreckskapell. The. Der copyright. Auf prophecy. Für.